Ey, das ist aber echt gut gemacht, ne? Ah, schöner Sprung. Jo, Leute, was geht? Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute mal mit einer Solo-Session auf der Play-Sea. Und dazu kommt dann noch, dass das eine Community-Map ist. Die, die jetzt die nächsten Videos erstmal kommen. Ich muss jetzt erstmal abklappern. Ja, gucken wir uns das ganze Thema mal an. Das sieht schon sehr bekannt. Ne, doch nicht. Das ist ja eine extra für mich erstellte Map. Wunderbar. Ja, schauen wir uns die mal an. Ich weiß jetzt gar nicht, ob man den Sound überhaupt hört. Oha. Oha. Sollen wir mal kurz einen Soundcheck? Okay, es ist sehr leise. Ich glaube, so ist besser. Ähm. Ich glaube, meine Stimme ist zu laut. Ich muss ganz kurz nochmal nachbessern hier und ein bisschen weiter runter schrauben. Ich hoffe, so geht's jetzt. Oha. Ja, ich hoffe, der Sound ist jetzt halbwegs in Ordnung. Ich könnte die noch ein bisschen runter drehen. So minus 10 habe ich jetzt. Und GTA auf Max. Ah, ja, 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 wem war dann ja. Oha. Diesmal bin ich ja gar nicht hängen geblieben. Ach, da ist ja noch ein Punkt. Der unkonzentriert gewesen. Komm, dreh dich. Dreh dich, kipp dich. Ja, ich hoffe, der Sound ist in Ordnung, aber man hört zumindest alles. Jawohl. Nein, 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 nein. Nein. Boah, scheiße. Äh, ja, in letzter Zeit ein bisschen wenig Videos gewesen. A-Plan-Play sie fast gar keine. Außer das eine. Und selbst das PC hat auch nachgelassen. Ist gerade etwas eng mit der Zeit. Aber ich versuche, mich da ran zu halten. Der Tag ist immer ziemlich voll. Oh, ich hoffe, dass da eine Überraschung kommt. Oh. Ah, sehr schön gesetzt. Das finde ich gut. Wenn die Punkte so gesetzt sind, dass man nicht 48 Mal die gleiche Scheiße oder komplett alles fahren muss, das sind dann, wenn ich mich nervig. Oh, die Spirale kennen die noch gar nicht, dass es dreht. Oh. Oha, schöner Weitsprung. Nein, Karre, dreh dich. Also, es müsste, scheiße, von der Soundqualität des Headsets, beziehungsweise des Mikrofons, dürfte man einen leichten Unterschied merken, weil das echte Mikrofon nicht dran ist. Das ist einfach nur mal, immer noch eine mega beschissene Arbeit, das Ganze da mit der Pesel zu koppeln. Aber wenigstens habe ich Full-AD. Das haben ja viele Pesels sogar schon nicht. Alter, ja. Ja, voll. Mit nach vorne lehnen. Klappt's. Schauen wir uns das mal an. Boah, Scheiße, Alter. Das ist aber schräg hier. Oh, aber gleich fast try. Und weg. Jo, ein schönes Element. Schönes Element. Link ist in der Beschreibung, natürlich. Wie sich das gehört. Ja, GTA-Woche wollte ich eigentlich diese Woche machen, aber das hat dann auch nicht wieder hingehauen. Ach, Mensch. Aber mal gucken, was nachkommt. Ich habe gerade auch die Crew eingeladen, weil ich gerade zocke. Zwei Stück, aber wahrscheinlich haben sie es nicht mitgekriegt. Also wenn ich zocke, dann zocke ich jetzt immer mit denen die gerade online sind. So, jetzt bin ich gespannt. Oh, noch weiter links rüber. Das ist ordentlich. Also nochmal zurück. Und Gas. Ich lese öfter nochmal die Frage, wie man mir Karten schickt. Das ist eigentlich ganz einfach. Einfach per Mail. Und dann kriege ich die auch. Oh, das könnte ja hier ein Alternativseel sein. Ja, dann, äh, ich glaube, den kriege ich nicht mehr dazu. Auf Konsole zu zocken. Man sieht ja schon so einen leichten Unterschied, ne? Und dann vom Handling. Das ist schon eine feine Sache. Aber nichtsdestotrotz. Pese ist immer noch Pese. So, jetzt aber diesmal weiter nach links. Scheiße, schon wieder so wenig. Alter, wie weit? Das ist ja ultra weit. Ähm, scheiße. Da hab ich den Namen nicht drinnen. Gucken wir gleich nochmal nach dem Namen. Ich hoffe, der steht da. Oh nein, brauche ich gar nicht gucken. Der steht da leider nicht. Aber du wirst die Karte bestimmt sehen. Du kannst auch gerne, äh, dich da in die Kommentare reinschreiben. Ich hab nämlich hier zu rechts ist die Plastisch. Nein! Die Pese angeschlossen und links ist der Computer angeschlossen. Ist ja, ist jetzt rechts der Browser auf. Wo drinnen steht, wer die Karte gemacht hat. Jetzt kann man mal. Ich muss jetzt noch viel weiter links rausfahren. Alter, das gibt's doch nicht. Egal. Sechseinhalb Minuten. Ne, sechs, sieben Minuten jetzt schon. Okay, da sollte ich doch schon was schaffen. Boah, nein. Was ist denn los hier, ey? So, ein bisschen zurück, 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 zurück. Weiter, weiter, weiter. Okay. So, jetzt springe ich noch weiter links ab. Und dann springe ich wahrscheinlich das Wasser. Also, wenn man es genauso macht, wie die Rampe ist, vorsichtig, dann scheint es möglich zu sein. Man versucht es ja doch immer so, wie man es gelernt hat im Laufe der ganzen Alien-Mems. Aber es scheint wohl, ey, nee, komm jetzt. Boah. Ey, das ist aber echt gut gemacht, ne? Das muss ich dir ja lassen. Das so zu machen, dass es echt so zu fahren ist, wie es aussieht. Alter, nicht schlecht. Der hätte ich nicht gedacht. Man versucht es ja immer anders, wenn man das so ein bisschen anders einschätzt. Aber, ja, geile Sache. Oh, nee, Booster-Four-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall. Das mag ich ja gar nicht. Genau deshalb. Da nehme ich nur einen mit. Ah, jetzt weiß ich ja, warum die gemacht ist. Boah, viel zu schnell. Ich kann schon fast hinten drauf fahren. Da ist ja schon das Ziel, Mensch. Kurz, aber knackig, kann man sagen. So, mal ohne Gas hier hoch. Boah. Muss ich reinspringen, oder fahre ich durch? Muss ich reinspringen, oder fahre ich durch? Okay. Scheiße. Egal. Jetzt kommen die 10 Minuten, packe ich es noch. Das sollte noch zu machen sein. Ich drehe mal ein bisschen das Mikrofon weg, das nicht ganz so gut für euch ist. Ich habe die Aufnahme noch nicht getestet. Nein. Nein, nein, nein. Oh nein, die 10 Minuten sind im Arsch. Naja, komm, vielleicht haut es ja noch hin. Vielleicht haut es noch hin. Jawoll, jawoll, jawoll. Oh, fuck. Oh nein. Das schaffe ich nicht mehr. Unter 10 schaffe ich es nicht. Wobei, wenn man neben dem zweites Mal fährt und die Tricks kennt. Oh, das ist aber auch ein bisschen rutschig hier, ne? Man sieht auch so schwer was. Oh, scheiße, über 10. Egal. Ja, dafür, äh, ich sag mal so, kurze Map. Kurze Map gibt einen Punkt dazu. Schwierigkeitsgrad war vollkommen okay. Die kann man da ja jetzt sehen. Aber die ist sehr gut gesetzt. Er geht nicht ins Spiel rein. Also warten wir einfach noch ein bisschen ab. Aber er will nicht. Ja, dann sehen wir uns gleich nochmal. Hier, Crewmitglieder, ne? Einer online. Okay. Wenn ich will. Er hat schon. Und auf geht's in die nächste Asian-Runde. Auch wieder Community Map. Auch wieder in der Beschreibung verlinkt. Und ich kann wieder leider nicht sagen. Ich muss die Tabelle anpassen. Es tut mir leid. Aber er kann, äh, guckt ja eh in den Link rein. Dann, äh, seht ihr ja. Warum kann ich eigentlich Munition kaufen? Ich hab gar nichts verbraten. Dann seht ihr ja, wer die Map erstellt hat. 38% hat die gerade, hab ich gesehen. Und, äh, gucken wir mal das Thema an. Oh, scheiße, kein Robo-Start. Ich wette, das ist ein Megasprung. Alter, was? Junge, scheiß die Wand an, ey. Das ist ja schon spannend hier. Ich konnte mal einen Soundcheck machen. Ich hab gerade schon was umgeändert. Ah, meine Stimme ist immer noch zu laut. Ich müsste das hier mal auf 90 machen. Und dann meine Stimme runter regeln. Auf minus 10. Ach, nee, der 90 ist zu heavy. Ich muss nochmal hier ein bisschen Sound machen. 80 und 8. Ich hoffe, das übernimmt der auch so. So, also nicht ganz so schnell. Ja, komm. Alle stehen im Weg hier. Oh, nicht gekriegt. Aber ich sehe schon. Da kann man ja schummeln. Was ist das denn? Die Frage ist, ob ich so schummeln kann, dass ich jetzt hier drauf lande, oder? Jawoll. Ja, eine kleine Lücke hier. Mr. Alternative findet ihr eine Lücke. Aber ich will ja jetzt rauskriegen, wo die 38% sind. Ey, sau geiler Sprung. Wenn es der ist, den ich ja... den ich denke, dass der es ist, dann ist das ja richtig geil. Okay. Verhungert. Das wäre echt geil. Radio läuft auch. Ich habe das nicht zu laut alles. Die Globe aber nicht. Ich springe einfach mal weiter unten raus. Ich springe mit ganz vollem Speed. Zu langsam. Wie schnell war das doch? Merkt, dass man zu langsam ist. Kocht es noch mal hier in die Einstellungen. Und dann mal ganz kurz. Volles Mett, okay. Das ist in Ordnung. So, springe ich jetzt mittig raus, oder nicht? Ich könnte auch gut mehr rausspringen. Das könnte genau hinkommen. Nein! Das ist so schnell. Also lasse ich Quads vorher Gas weg. Ob das schon die 38% sind? Das bleibt spannend, auf jeden Fall. Oh, ich habe gar keine Screenshots gemacht. Beim letzten Video. Voll. Auf den Wadi, fertig, los. Alter! Knappes Ding! So. Jetzt aber los. Also mit... Zwischen 80% und 90% Gas geben, oder was? Also so. Nein! Das gibt's nicht, ey. Aber schöner Sprung. Er ist gut gebaut. Das muss ich ja lassen, ne? Also ist schon lustig. Es sei denn, ich hänge jetzt in einer halben Stunde hier immer noch fest. Dann ist es nicht mehr lustig. Aber das sehen wir. Könnt ihr auch oben weiter rausspringen? So, jetzt habe ich ganz kurz vorher aufgehört mit Gas. Ey, ey, ey. Was? Ey, ey. Ne. Das kann nicht sein hier. Das kann nicht sein. Ihr könnt natürlich selbstverständlich vorschulen. Was auch viele machen werden. Wenn es 100 Mal braucht. Freuen würde ich mich, wenn das trotzdem ganz guckt. So, Full Speed. Ja, was soll ich denn? Da kann ich ja noch nicht mal was drehen. Ey, das gibt's ja nicht. Ich habe vorhin, ganz knapp vorher, Gas weggenommen. Oh nein. Ich habe noch keine 10 Minuten erreicht. Oh, hier ausrichten vernünftig. Nein, ja. Weiter, 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 weiter. So, vorher Gas loslassen. Ich bin weiter oben rausgefahren. Kann ich nicht aussteigen? Nein. Das ist ja echt knifflig hier. Das ist ganz schön groß, anscheinend die Karte. Ich fahre jetzt wieder unten raus. Jetzt habe ich wieder Gas weggelassen. Jetzt habe ich keine Facecam an. Dann hätte ich da ja den Gesichtsausdruck sehen können. Was ist das denn jetzt hier? Also zwischen 93,5 und 94,1 Prozent Gas. Das habe ich jetzt an der Spitze, habe ich Gas weggenommen. Oh, Gott sei Dank. Und das ist die falsche, ne? Und wo geht die auch hin? Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ich vertraue ja gar keinem. Ja, ich habe es ja gewusst. Ich habe es ja gewusst. Hat dann schön da unten hingesetzt. Hä? Das hatte ich bis jetzt auch noch nicht. Komisch eigentlich. Das sieht man so oft. Aha. Okay, hier ist es nicht. Hier war ich noch nicht. Okay, er kommt näher. Jawohl, das sieht doch schon mal gut aus. Punkt, wo bist du? Ast rein. Achso, das gehört dazu. Okay. Sonst hätte man ja theoretisch zurückfahren können. Wenn ich ihn rette, wenn ich ihn rette, dann kann ich hier drehen. Au, Spiralen. Soll nicht so gut gebaut sein, habe ich gelesen. Oh, scheiße, Alter. Trotzdem runter. Acht Minuten. Neun Minuten. Ne, acht Minuten. Ach, ich nehme ja schon eine Minute länger. Alter, ja, Mann. Als ob. Egal, das ist eine Community-Map. Deshalb fahre ich die so, wie man soll. Sonst wäre ich jetzt schon über den Container gekrabbelt. Weil ja, GTA-Modus anders ist, natürlich. Wie immer. Ja, endlich explodiert. Also, ich hole jetzt nochmal ein bisschen mehr Speed hier. Mach weiter nach hinten. Mach ein bisschen. Jo, und Gas. Ah, schöner Sprung. Mit ein bisschen Geschwindigkeit funktioniert das alles. Schöner World Ride ohne Booster. Ist auch immer möglich. Ah, okay. Ist ein, man fährt natürlich sofort raus. Hey. Nein. Los jetzt hier. Kann aber nicht sein, dass wir hier am Boer Ride fest hängen. Das gab es doch schon eh wenig mehr. Oh Gott, wie weit. Ich habe es mir. Alter, und dann durch die Spirale noch. Und dann kommt erst der Punkt. Das ist nicht schlecht. Das ist eine Aufgabe. So, fahren wir mal jetzt ohne hier. So, funktioniert auch. Auch der Punkt sehr gut gesetzt, obwohl ich gerade am Zweifel war. Aber halt, der hat hier funktioniert. Alter, wie viel Spirale. Man soll langsam fahren. Ach, ich sehe schon. Da hat wohl ja immerhin keinen Bock mehr. Ach doch. Ich dachte, die sind komplett schief. Aber so ist ja noch in Ordnung. Aber ich weiß ja, wie das ist, eine Karte zu bauen. Ich weiß auch, wie beschissen dieses Programm einfach funktioniert. Von daher ist es nicht schlimm, außer dass ich jetzt eine halbe Stunde die Dinger fahre und am Ende wahrscheinlich runterfalle. Heißes Thema, ihr. Heißes Thema. Ich habe keinen Bock, wenn ich hier runterfalle. Auha. Ganz knappes Ding, ja. Nicht so weit außen. Oh Gott sei Dank, ey. Nicht runtergefallen. Einmal mal hier zu gucken, ja, ne. Das war eine ganz schöne Strecke hier. Und da hat er ihn. Wie geil ist das denn? Wäre aber auch möglich mit dem Auto, also so ist es jetzt nicht. Ein bisschen Spaß muss ja auch sein. Ja, die hat schon ein bisschen mehr Strecke. Das gefällt mir so schon mal ganz gut. Ach, da ist schon das Ziel. Ja, ist doch perfekt. Passt mit der anderen super zusammen. Dann packen wir die ersten beiden in eine Folge. Ja, das war schon kuschelig einfach damit hier, ne. Ich vertraue ihm nicht. Gut, dass ich es nicht mache. Schafft man eine Drehung? Ja, aber easy. Oh nein, scheiße. Nicht easy. Nicht easy. Nicht easy. Nicht easy. Das ist nicht easy. Nicht das es kann ich auch schaffen. Oh. Nee. Das war nicht. Nee. Dit wo er nix. Jetzt aber. Jawoll. Nein, Mann. Doch. Und da haben wir es geschafft. ..... aus rein schöne map sehr gut gebaut wenn ich jetzt punkte vergeben müsste völlig sagen 8 und 10 hat noch potenzial aber das lernst ja noch mit der zeit ich danke fürs zuschauen